so besonders lustige rollen sind heute und wie ich drinnen aber ja gut was ich mein kehrmes es war nicht das als erster sollte es vielleicht mal versuchen ich bin ich als erster tot ist als erster tot ich habe ich bin ich bin sheriff bei ich bin sheriff und haben john gleich mal geht dann gleich mal gekillt und ich wollte einfach jolo drauf los und jemanden kill und dann ist umgekippt den ersten post haben raus von der zeit her kann ich es bestätigen es war ein self report ich habe sie gekillt als sheriff weil ich einfach weil ich wollte mein leben beenden ich wollte einfach wenn jemanden reinkillen und das ist dann und und zu meiner überraschung ist sie umgefallen und nicht ich sie war zumindest kein crewmate sie war zumindest kein crewmate weil sonst wäre ich dann auf jeden fall eine poste oder oder er spielt nur die stellung gerade uns selber ein poster das kann auch sein das wäre doof mich selbst zu reporten das ist dann ja auch falls wir ein speit drin haben kann auch noch ein speiteln was er kenne das war jedenfalls kein crewmate das ist schon mal das ist bei spiel als crewmate der der sheriff der sich selbst tötet nein aber man kann ja aber man kann ich glaube wir haben es eingestellt dass das bei vom sheriff getötet werden kann es ist hier ehrlich gesagt egal ich würde eben ein leben beenden also wenn ihr mich rausvoten wollt du willst dein leben beenden was los ich habe jetzt ich habe euch jetzt gesagt dass ich habe jetzt euch gesagt dass john ich habe es euch jetzt gesagt könnte machen was er wollte das ist ich meine du musst dich dann nachher muss ich persönlich bei jean entschuldigen die ist heute so oft in der ersten runde gestorben und du musst meinen rekord noch schnell knacken nach vier leute das schafft der einstellung wir kann nur drei und das wird doch was das kriegen noch hin ich habe den richtigen ich werde gekillt jetzt wo sie mich auf die kamen wo ich gesagt habe das schafft dann habe ich die natürlich auf die kamen wo sind die mental ist hier ist mein das war ich aber jetzt nicht ich weiß 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 ich bin das ist aber der kill könnte schon alt genug sein dass es einer von den beiden war hochgelaufen ist das glaube ich habe ich gesagt nicht beim cool da steht mit mir jetzt fast die ganze zeit schon an lifeline ist jetzt gerade aber vor die letzten drei sekunden oder so er will zu werden wenn ihr ein lifeline standet wisst ihr wie alt der kill ist ne da war noch ein stot ne also ich hab äh liss gesehen bin dann an lifeline da ist er äh weiß ich nicht fünf sechs sekunden vielleicht tot ja könnte hinkommen dann würde es für die für platz und segne nicht passen zeitlich genau steht auch mit mir auch sieben sekunden also da davor um ne ich bin im lab und hinter uns kam noch einer ich wollte ich gerade noch so proven weil ich gesehen habe dass seine task bist und die ganze und wem wotet ihr jetzt oder macht das gibt oder was ich wer für's gibt ich habe gesehen wie du und platz aus lights rausgekommen sind du bist richtung camps gelaufen platz ist nach unten zum müll gelaufen und ich bin bei einem baum rein und habe dann reportet also du bist mit uns gelaufen du kamst uns gar nicht entgegen ich kann weil ich habe mich gar nicht wahrgenommen deshalb kann ich ja ich habe ihn auch nicht gesagt ich kam von rechts rein in electric also ihr seid gerade raus weil ich mich gewundert habe wieso die leid so lange aussehen dass ich da keiner aber ich muss noch mal ganz kurz die erste runde wie habe ich bitte die erste runde überlebt wenn ich als erstes ins storage reingehe da habe ich schnell genug als scharf gekillt die grüße von grieger simon hat deine stimme erkannt so klima wieder in der prein der verfolgt er ist da haben gesagt die momentan die mit zwischen die tasse kommt die geht mich entweder oder ich gehe ok das hoffentlichen fehler hat am leben zu lassen ja natürlich war das ein fehler es war so klar hätte ich jetzt machen müssen ich habe es doch schon gesehen und die tasse nicht mal ledig na toll ach man eventuell dass die leuchte direkt unter dir liegt und gerade umgefallen ist und du da stehst ich habe gerade mal ein schönes wasserrad aufgedreht und jan war ein warlock oh da habe ich ja was da habe ich ja was keine ahnung dass ich sie gekillt habe als warlock sie hätten auch schein angerichtet ich würde doch entsprechen dass es ein warlock kill war ne der warlock ist tot oder ein vampir kill weil nämlich noch jemand moment ein vampir kill ja gut da habe ich noch etwas dazu genau weil oben nämlich jemand bei otu war das mit toren war blöd es war blöd genau ich habe das tatsächlich noch kurz rumgewickelt nachdem ich die saustoffflaschen gemacht hatte ich hätte ihn ich hätte ihn und ich bin nach oben zum baum weiter genau deswegen kann es kein sheriff also sheriff kill sein weil das nämlich Liz war ne ich mein doch nicht sheriff ich mein ja warlock achso ne ich meinte weil lenne meinte oder irgendjemand meinte gerade hat sich selbst umgebracht vielleicht na zwerg ja gut zwerg ist auch tot es könnte auch ein schlifter sein der gerade einen imposter klauen wollte das kann auch sein das war quasi ein geständnis von lenne dass ich ein wasserrad aufgedreht habe ja das stimmt ja ich hab ein wasserrad aufgedreht aber der schifter stirbt doch erst nach dem meeting richtig achso er stirbt erst danach ähm klappenklappen geholt ja okay okay wer ist warlock jetzt sag mal wie viele leute holen dich eigentlich ab Junge mädel mein ich also wenn wir zwerge die die sheriff rolle glauben können wir davon ausgehen dass er sich selber gekillt hat und warum hat niemand reportet ne hab ich aber nicht ja weil der imposter natürlich nicht reportet dass eine katten imposter wäre ich wollte gerade sagen das wäre gestorben oder oder der imposter hat halt zwerge getötet oder der imposter hat ein schild oder das könnte auch sein oder der deckel oder der deckel hat ein wenn der imposter nen schild hat und zwerge drauf schießt passiert gar nichts das stimmt nicht mehr das ist ja cool nein das passiert gar nichts ah außer dass der killkuhl da auch nicht äntgen aber ansonsten passiert wer hat ein zwerge letztes mal gesehen oh der ist beim stamm der stamm der stamm ja ich hab nur Andi gesehen ähm ich hab jetzt bei Dweck Kuchen gewartet ne hat mich abgerollt ja also dann wissen sie schon wieder alle irgendwo dann fucking dann ist das wieder nicht schon wieder nein nicht boah mh Salzkuchen ey ey hör doch mit diesem random mode aus ey ich zeig dir gerade echt gerade einen schönen imaginären Stinkefinger oder Mist hallo du hast angefangen ich hab gar nichts gemacht ja gut Natum hat mich gekillt mach ich jetzt brav meine Tasks weiter hier bei admin wo doch nicht ok können wir jetzt bitte Lönne rausworten was passiert denn mit auf welcher Grundlage ja die Leiche ist umgekippt und Lönne steht da drauf ja das kann halt ein Horlock sein ja du hast du hast ihn gekillt während Lönne in der Task war und reportet das wäre die andere Variante das wäre die andere Variante dann verliert er gleich zwei das ist genau dasselbe ja ich bin gerade doch reingelaufen mach das nicht das finde ich gerade einfach dann machen wir dann können wir gerne mich voten und danach Lönne von mir aus auch aber Lönne verteidigt sich auch gerade nicht so gut naja Lönne braucht sich auch nicht verteidigen weil der hat letzte Runde gesagt was Farse ist richtig wir brauchen mich nicht verteidigen wir können auch noch gar nichts ja wir könnten einfach mal skippen das ist eine total verrückte Idee also das ist echt mal was Neues mal hinweisen ganz 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 links unten ja nicht ein bisschen weiter links also nicht überzwerge sondern unterzwerge 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 ist links oben meinst du also ganz links oben ja ganz links oben ok dann verliert er zwei kummer jetzt und das war jetzt möglich ja bei mir war es vor der Runde andersrum wie das so schnell wechselt statt zu skippen oha so Tasks weitermachen Wasserradtask Wasserradtask ich bin doch blöd sehr schön und die Wasserräder weiter war doch gut Detektivarbeit äh Sheriffarbeit den Warlock in der ersten Runde zu killen hätte ich nicht gedacht dass das passiert war nicht gewollt wurde ich leider gekillt das hätte ja auch das hätte ja auch gekonnt ich jetzt ich hatte ihn schon gerochen ich hatte es im Urin riechen riechen und Urin ist jetzt nicht die beste Verbindung ja aber riechen nö 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 Aber... Langsam machst du dich lächerlich, Mew. Wieso? Wir können jetzt so gut wie verloren. Hä? Wer hat das doch gerade selbst noch gesagt? Nö, ich hab nur gesagt, er hat... Da liegen zwei. Sieht auf Nusslos aus. Haben wir einen Schakal und einen Leiter und das ist... Sieht schlimmer aus. Nee, 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 nee. Admin-Table zeigt die Person dort an. Gestorben ist jetzt nur... Nee, Plutch ist tot. Plutch ist auch tot. Ja, Sehne und Plutch. Wer wurde jetzt reportet? Sehne, oder? Sehne wurde reportet. Aber Plutch ist auch tot. Plutch habe ich zuletzt unten bei Weapons gesehen. Äh, Red, kannst du mir sagen, wo du langgelaufen bist? Ich? Äh, zum Office rein, gerade. Wurde ich gucken, ob jemand schon tot ist. By the way, war ich eben noch nicht fertig. Wieso? Und wollte eigentlich sagen, dass ich sogar glaube, dass es Lönne nicht war, weil er die Tür aufgemacht hat. Und dann habe ich reportet und er so, willst du mich verarschen, schon wieder? Ich weiß nicht. Und er war vorher unten die ganze Zeit mit mir. Bei O2 und... Oh, ich habe eine kleine Vermutung. Salz! Salz! Also Kuchen, du bist von oben gekommen. Salz, Kuchen, ja. Am Anfang. Äh, kein Salz. Ich bin euch entgegengekommen. Ihr seid hoch, ich bin runter. Ja, genau. Cool. Deswegen würde ich jetzt leichtens das auf Red schieben. Warum? Weil du der letzte warst, der oben in den Electrical war. Und dann... Und ich habe Seine nirgendwo irgendwo gesehen. Die Schwierigkeit wird dann für den Kill am Plutch, weil dort war Red auch in der Nähe. Das würde aber vom Cooldown her nicht passen. Soll ich jetzt zwei Kills gemacht haben, oder was? Da war jemand anders bei Plutch. Hm? Den einzigen zweiten, den ich in der Nähe gesehen habe, war Andy. Ich weiß ja nicht mehr, wo Plutch sein soll. Angeblich verlichtbar aus. Plutch war zuletzt... Plutch war zuletzt gesehen in... Von mir in Weapons. Aha. Mist, das ist nicht vollkommen. Aber ich habe gerade Red und Sinjin aufgekommen. Oha. Wie ich auf einmal keine Votes mehr bekomme. Geht's euch gut? Nein, ich habe kurz überlegt... Richtigte Frage. Ich war auch am überlegen und war dafür so, nee, jetzt nicht. So, dann habe ich noch Tasks. Upload-Task. Ach, ja. Gute alte Upload-Task. So, dann habe ich noch eine Tasks. So, dann habe ich noch eine Tasks. Ach, ja. Gute eine Tasks. Gute alte Upload-Task. So, lass mich noch eine Ausfälle machen. so ich verschiebe meins das andersrum auf trilly und red aus dem einfachen grund wir waren ja gerade alle irgendwie am leid fixen dann ist lönne nach rechts abgedämpft keine ahnung ich bin auch rechts raus bin dann runter nach auto die tür auf gemacht in dem moment wurde scheiße war das ich glaube es war ich glaube es war torra der wurde gekillt und instant geklient und die einzigen die dastanden red und trilly und anscheinend weil der einigermaßen deswegen konnten sie mich nicht töten dann ich wollte gerade sagen weil einer muss gekillt haben und ein muss geklient haben weil so lange geht die runde nicht das zweimal also länder war auf jeden fall mit zin oben in lab ja also ich habe halt gerade gesehen dass die beiden da standen und torrum wurde vor meinen augen geklient deswegen wollten wir jetzt drin oder red oder red ist der smartere von beiden und dann sind schon aus den china und raus da ist nur ein imposter der jackal doch noch das ist das kino was machen wir jetzt die folgen des imposter schauen was der so tut nichts interessantes die wohnung schon das hast ich glaube nicht also er klang so glaubwürdig dabei als er das gesehen hat mit dem clean ich weiß nicht ob man sich das wirklich ausdenken kann soll ich erst nebenbei tun sie wie es aussieht nicht ich bin mit ihm raus bin hoch bin hochgegangen ein stück runter weil ich war irgendwie verwirrt weil er nicht nachkam und da liegt er direkt vor der tür ein bisschen ein stück über dem also da ist die tür und darunter ist ja der vent deswegen weiß ich nicht ob jemand in den vent gesprungen ist habe direkt reportet du hast ja wohl gesehen dass ich die ganze zeit bei dir war oder nicht ich weiß dass irgendjemand an der anderen seite der tür war die zu ist da ist acrilli nein doch wir sind alle an der innenseite von der tür ja alle ja auch 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 auf der innenseite ich bin auch auf der innenseite ja ich bin jetzt vergrüßt alleine und ich stand auf jeden Fall die ganze zeit am meeting button dann ging der reaktor an dann sind wir runter zum linken ausgang und da da disconnect oh ok da sind wir alle geflogen oh nö sehr schön sehr blöd das wär so ne schöne runde geworden oh das war anders ja das war Sturced hättet ihr jetzt Cat ja Trilli wärts Hättet ihr jetzt Trilli gewotet? Hättet ihr jetzt Trilli gewotet? ich hätte mich auch geskript ich hätte mich auch geskript so ein Zufall dass du geskippst hast ja das du skippst ist ein ganz großer Zufall ja aber tut mir schrecklich tut mir schrecklich leid für Jon tut mir schrecklich leid für Jan das die als 1. kid wo aber das war eine war eine tolle Schereffrunde naja das war ich meine letzte runde mach nur eins Ja.